Weihnachten ist Zeit der Liebe, Wärme und Freude. Für die Freude sorgen oftmals die Kleineren, die schon Tage zuvor dem Fest aufgeregt entgegenfiebern und dem Heiligabend einen besonderen Zauber verleihen. Wir wünschen Ihnen eine frohe Adventszeit und hoffen, dass auch Sie und Ihre Familie von diesem außergewöhnlichen Zauber erfüllt werden. Was sich die Kinder der Kindertagesstätte St. Peter in Bottrop wünschen, verraten Sie ihn selbst. Also, ich wünsche mir ein Puppenhaus. Und ich wünsche mir ein Barbiehaus. Ich freue mich auf Weihnachten, wenn wir manchmal schmücken und so. Also, ich habe einen Schneemann gebastelt. Und ich habe ein Weihnachtslös gebastelt. Ja, wenn ich den Stern auf meine Zauber aufsetzen darf. Ja, wenn ich den Stern auf meine Zauber aufsetzen darf. Ja, ich will in die Räumen. Untertitelung des ZDF, 2020